. 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 Also für alle Leute, die das Unfassbare erleben wollen, es findet in Damme statt. Denn in Damme gibt es einen so uralten Karneval, der mehr als 400 Jahre alt ist und der heute Abend einen der vielen Höhepunkte hat, der eigentlich unvergleichlich ist. Soeben haben wir ein Funkenballett gesehen, das von einer solch exquisiten Qualität ist, dass es Weltniveau hat, kann man ganz klar sagen. Und dann haben wir noch weitere Funken-Truppen, auch die haben Weltniveau, kann man ganz klar sagen. Naja, auf jeden Fall, Damme, das kleine Damme mit seinen 17.000 Einwohnern, bringt eine solche unfassbare Menge an närrischer Energie hier in die Waagschale, wirft das in die Waagschale. Und hat nicht nur Gala-Sitzungen, drei davon, die natürlich alle innerhalb der ersten drei Minuten nach dem Verkauf schon ausverkauft sind, sondern auch Umzüge, zwei Umzüge, die ihresgleichen suchen. Ich hatte ja früher nur einen einzigen Wunsch. Ich wollte ewig leben. Und dann habe ich geheiratet. Und dann? Du liebst jetzt ewig? Aber ich habe den Wunsch nicht mehr. Zwischendurch feiern wir natürlich ununterbrochen weiter, denn die fünfte Jahreszeit in Damme ist was unvergleichlich ist, was einzigartig ist und was, wie gesagt, eine lange, lange Tradition hat. Eure tolle Fans wünscht euch noch einen wunderschönen Abend, eine tolle Sitzung, eine gute Party anschließend und alles Gute und viel, viel Spaß in der Session. Genau! Genau! Genau!